Ja, herzlich willkommen zu meinem... Ich weiß nicht, dass ich die 5 bin. Oder die 6, dass ich da eet, aber egal. Ähm, ja... Wir machen nochmal weiter. Und... Ja, glücklich. Ja... Ja... Ähm, ganz einfach. Ähm, hab ich mal wieder Lust... Ähm, ja, ja... Das ist auch schön. Ähm, ja... Was bisher geschah. Okay, also Nels hat etwas über einen Deal mit Stoddard gesagt. Hab den Deal angenommen. Es gehört alles Deal und Stoddard. Seit gestern bin ich euer neuer Boss. Tapp und Tyson waren wie Brüder. Weiß mit Vorliebe fürs Ghetto. Tapp ist nie rausgekommen. Hier ist alles drauf, was du wissen musst, Captain. Fast schon... Kai. Ich war mir so sicher, dass du bei uns denn Platz finden würdest. Ich hab gesagt, Schnauze halten. Ich hab gesagt, Schnauze halten. Händ mich mal hier als... Verdammt nochmal! Halt's Maul! Was willst du denn dagegen tun? Mich einbuchten? Ich will... Hey, Mel Cuff! Es reicht jetzt. Halt du dich da raus, Mendoza! Gern doch. Guten Abend, Detektor! Tapp? Ja. Wir beide sind weit weg von zu Hause. Hey! Mel Cuff! Augen nach vorn, klar? Nettes Gespräch, Tapp. Hier. Hier wird gleich ne ganz heftige Nummer gestartet. Ja. Du ödest mich an, Tapp. Mach mich nicht an, Mann! Ich bin nur der Bote. Tyson hat gesagt... Moment, Moment. Tyson Latchford? Ja, siehst du, jetzt hörst du mir ja doch zu. Okay. Der Plan geht folgendermaßen. Oh, Mann! Scheiße! Oh, Mann! Ich sollte dich warnen, aber... Scheiß drauf, Alter! Halt dich einfach irgendwo fest! Tapp? Was ist hier los? Party-Time! Das ist sowieso frei, Mann. Nein. Ich bin nur wach, oder was? Ich bin nur wach, oder was? Ich bin nur wach, oder was? Ja, klar, klar, klar. Ich weiß nicht, weiß... Boah, Mann! Mann, ist so schwer! Du willst nicht wissen, wie lange ich den Schlüssel schon habe. Und schon gar nicht, wo ich ihn bisher stecken hatte. Was machst du da? Tyson wartet am Wasserturm auf dich. Sobald er damit fertig ist, die Bullenabsolenten... Halt! Was? Geh zum Wasserturm. Hey, Moment mal. Und was ist mit dir? Mann! Hast du's an den Ohren! Wasserturm! Los! Was? Oh, hey! Was? Oh, hey! Vollgeschossen! Komm auf den Boden! Schatzgeberge! Bereich sofort abwickelt! Was war das? Sorry, Mann. Du oder ich. Und ich will nicht mehr zurück. Wir brauchen einen Suchtuch zwischen den Häusern. Ich brauche jemanden, Verlappen. Was hat sie gefunden? Nein, aber ich wollte es nicht. Wir haben uns nicht überwummelt. Wir treffen uns hier, auswählendlich. Jemand zu Hause? Sofort rauskommen! Nein, nicht! Zentrale hier ist alles sauber. Kürcher, für den Weg nur drüber. Verstanden. Okay, scheint nett zu sein. Wir haben uns. Kürcher! Hier ist nichts. Polizei! Sofort rauskommen! Oh, das ist nichts. Oh, das ist ein Biss. Ich habe einen Biss. Wir brauchen Autos, ich habe einen Biss. Wir brauchen einen Biss. Nein, nein! Nein! Was ist das? Ich würde ein langer Arbeiten tragen. Verstanden. Was jetzt? Wer deckt Planke 3 ab? Hey! Willkommen zur Party, ER22. Haben hier oben noch ein paar Heftlinge? Zehn, vier. Wie sind denn hier? Null. Sofort eine Fußzeit mit Stadtbestrum. An alle Bewohner, schließen Sie sofort Ihre Türen. Dies ist ein Notfall. Sofort stehen bleiben. Sofort stehen bleiben. Was? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ne? Was ist das denn? Da ist der! Da ist der! Oh! Oh! In meinem Sektor ist nichts Zentraler. Verstanden, sofort bei einem Suchtrupp anschließe. Verstanden. Mein Sektor ist sauber, Zentrale. Verstanden. 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 Ach, scheiß drauf. Jetzt oder nie. Ganz ruhig, Mann. Die dürfen mich nicht sehen. Da war er! Holt meine Lampe her! Support auf den Boden! Mach mich nicht mit! Ja, ja, hier ist noch einer. Könnte Wilhelm sein. Könnte Kronos sein. Könnte Kronos sein. Könnte Kronos sein. Habe einen erwischt. Für den braucht ich Verstärkung. Allein kann ich sie nicht tragen. Verstanden. Die Zeitung steht. Es ist schrecklos. Er geht nicht sofort. Es ist schrecklos. Aber noch ist es noch nicht. Es ist schrecklos. Es ist schrecklos. Es ist schrecklos. Die Flanke ist abgeriegelt. Am letzten Mal haben wir die Hälfte von diesem Dreckshaufen wegen Drogen eingelaufen. Nur die Hälfte? Sofort zum Suchtrupp. Okay. Wo hat er denn die Waffe her? Keine Ahnung, Sir. Ist das bestätigt, dass der Geisel rin... Ich muss die Tüten irgendwie ablenken. Die Geisel freilassen! Es gibt keinen Ausweg! Es gibt keinen Ausweg! Er sagt, wenn... Diese Pandeln werden ja noch geschehen. Wo ist meine Meinung, Sir? Wir sind bei Ihnen im Neuen und in der Börse. Wir wollen uns nicht schießen! Keine Vorhinein! Kommt raus, das passiert nicht! Mord! Ein geschützter Nachbar! Wir durchkämmen das Gebiet! Kein Sichtkontakt! Wir haben keinen Sichtkontakt! Suchen weiter! Widerlich! Stinkt nach Ammoniak und Katzenpisse! Muss ein Merv-Labor sein! Okay, das wäre Schritt eins! Nichts wie Hecken! Das fliegt hier gleich alles in die Luft! Das ist ein Schöpfluss. Natürlich! Hast du das? Ach, das ist ein Schöpfluss! Hör, das ist ein Schöpfluss. Hör! Meine Jennifer! All righty. Das ist die Hunde nicht mehr. Oh, ich bin weg hier. Wow. Bin ich mal gestorben, wenn ich das jetzt einbinden? Du hast sicher ein paar Fragen. Was machst du denn hier? Und woher hatte Tapp meine Handschellen-Schlüsse? Officer, du solltest dich geehrt fühlen. Übrigens, Tapp war mir für deine scheiß Abhöraktion was schuldig. Er ist nicht mit mir geflogen. Tapp. Für den ist der Knast das Beste. Da kommt man schön vom Koks runter. Ich kenn mich da aus. Hey Arschloch, ich hab keine Ahnung, was hier los ist. Hey, hey, hey! Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Hier, nimm das. Was soll das sein? Siehst du das Schild da? Leucht es an, dreimal. Ganz schnell. Genau da musst du... Hier sind wir nicht sicher. Wir teilen uns auf. Taisen? Bleib von den Scheinwerfern. Scheiße. Wieso rennt der weg, Alter, dieser Auftrag? Boah, leckt mir, Mann. Ihr sitzt in der Pfade. Ihr sitzt in der Pfade. Du hast keine Chance. Unsere Leute sind überall. Hier hilft nicht! Ja, hä? Ja, okay, jetzt bin ich da mal gestorben. Warum schweiß? Ich glaube, er hat erstmal keine Waffe angezeigt. Und wenn ich nach vollkassend nach links ziehe, dann werde ich die Waffe angezeigt. Was ist das denn? Warum geht das nicht? Junge, hä? Ja, das ist doch ein Fail. Erstens habe ich die nicht gesehen. Du hast keine Chance! Du verleuchtest es überall! Du hast keine Chance! Du hast keine Chance! Du hast keine Chance! Was ist das? Alter, ich dachte, der hat mich jetzt verhaftet. Los, mir nach. War machbar, war ich. Das ist schön. Gucken wir hier vor. Aha. Ihr wollt mich doch verarschen. Tabs Transport. Der Schlüssel. Kaputte Kops. Wir kennen uns eben aus. Mann, es tut mir echt, echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszulocken. Erstens, ich schlag zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dorse. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen? Und was bitte soll ich davon haben? Dorse muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr solltet ins Knie ficken? Dann ficken wir uns ins Knie. Ja. Was? Und du kriegst einen schicken Knast-Overall. Fällt die Entscheidung so schwer? Ja. Dann ficken wir uns ins Knie. Ja, das stimmt. Ja, dann bis zum nächsten Mal, euer Whoopi. Schreibt es mal in die Kommentare. Nee, nee. Nächstes Mal bei Hardline. Das war grandios. Ja. Olaf Kampf. Ja. Ja, ähm. Schreibt es mal in die Kommentare. Ähm. Wir haben ja vier noch. Ne, fünf, 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 ne. Ähm. Das ist geil. Und das geil auf als das. Ähm. Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Euer Whoopi. Schreibt, liked, kommentiert, ähm, abonniert. Oder, oder, ähm, guckt andere Videos an wie Pro, Minecraft, GTA. Und, ähm, ja, vielleicht.